Jetzt haben wir aber noch einen Beratungsgast hier, etwas ganz Besonderes, Josef Szczek. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten, den Namen auszusprechen. Er ist heute der erste Lügegeist davon aus Katolizia. Und ich begrüße ihn hier auf der Lüge. Josef hat gespielt, vielleicht könnte ich einen von Ihnen daran erinnern, an der legendären SBB, Silesian Blues Band, die oft in Berlin gespielt hat. Er ist seit vielen Jahren jetzt auch solistisch unterwegs, hat Filmmusiken und Solokonzerte, spielt wunderbare Kirchenorgel und sein Lieblingsinstrument ist der Minimoog. Und nun ist er ganz überraschend heute mal hier in Berlin gekommen und wir haben ihn eingeladen, das letzte Stück heute Abend zu spielen. Wir müssen leider jetzt etwas sputen, wir haben es sehen, es ist Schluss. Und das heißt, die Mantel hat rückwärts. Und, ja, aus geht's. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018